So, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr Interesse habt, etwas über Vigidata zu hören. Ich frage vorher ganz vorsichtig, wer hat denn tatsächlich noch nichts von Vigidata gehört? Hör auf. Wer ist jetzt wirklich richtig gespannt, weil er gerne wissen möchte, was das ist? Okay, genau. Ich empfehle jetzt wirklich jemandem, der jetzt vertieftes Wissen erwerben möchte, ein Selbststudium zu gehen. Weil ich würde jetzt wirklich nur ganz kurz anreißen und mal als Nicht-IT-Mensch versuchen, einen Überblick zu geben, was Vigidata ist. Weil ja manchmal auch Menschen sich eher trauen, Dinge zu tun, die sie sich selber nicht zutrauen. Wenn sie sehen, das kann man auch alles ohne IT-Fachbegriffe und so weiter versuchen zu erklären. Also ein schneller Blick auf Vigidata. Wir haben ein Problem bei unseren Wikimedia-Projekten. Wir haben ganz viel freies Wissen, das auf ganz vielen verschiedenen Seiten verteilt ist. Es ist verschiedene Länderversionen verteilt, es ist in verschiedenen Projekten verteilt. Der meiste Inhalt ist im Prosa geschrieben, also von Menschen lesbar, von Maschinen nicht automatisch oder zumindest nicht verarbeitbar. Die Daten sind nicht leicht zu durchsuchen. Das gibt ja diesen bösen Spruch, wer will, dass etwas überhaupt nicht gefunden wird, soll man es in einem Wiki verstecken. Das trifft für Wikipedia nicht zu, aber allgemein, wer mit Vereins-Wiki arbeitet, weiß, was ich meine. Ja, und unsere ganzen Wikimedia-Projekte könnten extrem profitieren, wenn sie einfach von anderen Projekten angereichert werden können. Wir haben eine Lösung. Eine freie Wissensdatenbank für die Summe des menschlichen Wissens, zu der alle Menschen beitragen können, viele Maschinen auch, und mit der strukturierte Daten aus ganz vielen verschiedenen Quellen verknüpft werden können. Wiki-Data. Sieht jemand von euch, was das bedeutet mit den Streifen? Du fällst raus. Jens darf das jetzt nicht beantworten. Nein, das ist Wiki im Morsocode dargestellt. Ich habe das ganz lange nicht gewusst. Dabei ist es eigentlich, wenn man es weiß, ist es eigentlich offensichtlich. Wiki-Data ist gestartet am 29. Oktober 2012. Wir sind im Moment über 52 Millionen Datenobjekte in dieser Datenbank erfasst. Und wir haben über 20.000 aktive Benutzerinnen und Benutzer, die mindestens eine Bearbeitung im Monat machen. Ich hoffe, ihr alle probiert das nachher auch irgendwie aus, dass ihr mit dazugehört zu der Zahl mit den über 20.000. Und so, Wiki-Data ist ein gemeinsamer Datenfundus zur Unterstützung der Wikimedia-Projekte. Es ist eine freie Wissensdatenbank, also frei auch im Sinn von Lizenz-Zero, kann also wirklich auch ohne Einschränkungen genutzt werden, die beliebig nachnutzbare Inhalte anbietet. Und ein Punkt, der für mich persönlich ganz wichtig ist, Wiki-Data funktioniert als ein Hub im Linked Open Data Web. Wiki-Data kann also als Schlüsselfeld genutzt werden oder Daten aus Wiki-Data können als Schlüsselfelder genutzt werden, um Daten aus ganz vielen verschiedenen Datenbanken zu verknüpfen und zu verbinden und gegenseitig anzureichern. Zeige ich euch nachher noch, wie das gemeint ist. So, über 52 Millionen Datenobjekte. Jeder helle Punkt auf dieser Landkarte ist ein Datenobjekt, zu dem Location-Daten eingetragen sind. Wiki-Data, Jens, korrigierst du mich? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, gut, okay. Wir sehen da auch, dass das ziemlich ungleich verteilt ist. Wenn wir vom Wissen der Welt sprechen und vom Wissen der Menschen der Welt, dann gehört da, glaube ich, noch eine ganze Menge getan. Wir sind aber auf einem guten Weg dazu. Diese Maps kann man sich regelmäßig anschauen. Man sieht da auch ganz klar Veränderungen. Die Wiki-Idee. Wiki kommt aus dem Hawaiianischen, bedeutet schnell. Und die Idee von dieser Datenbank-Software ist, dass wir nicht vorher zehn Jahre überlegen, was brauchen wir eigentlich, wie wollen wir das strukturieren und wie packen wir da alles rein, sondern wir passen die Software den Gegebenheiten an. Also wir fangen heute an, Daten einzupflegen in der heute festgelegten Struktur. Und wenn sich Dinge ändern, dann kann das auch wieder angepasst werden. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel ist der Wert für Sex-Gender. Am Anfang gab es nur zwei, binär. Heute sind 23 Möglichkeiten anzulegen. Also es hätte damals niemand gewusst, dass wir da jetzt 23 brauchen. Vielleicht werden es noch mehr, ist mehr jetzt auch noch nicht. Die Vorteile der strukturierten Daten. Diese neue Wissensbasis kann schnell und effizient abgefragt werden. Die Daten sind über alle Wikimedia-Projekte hinweg Konsistenz, wenn sie eingesetzt werden. Und wir sind in der Lage, neue Datenbank-Tools zu entwickeln. Vielleicht passiert ja auch am Wochenende jetzt schon wieder irgendwas ganz Tolles, wo man sagen kann, dann kann man den Daten wieder ganz anders arbeiten. So, die Datenstruktur. Nicht erschrecken. Wir gehen nicht andersrum. Wir gehen von Datenobjekten aus. In diesem Fall ist in der Mitte, normalerweise würde ich da jetzt hinlaufen, aber das Mikrofon reicht nicht so weit und ich soll auch hier im Licht stehen bleiben, ist mir gesagt worden. Also ausgehend von San Francisco. San Francisco kann ja verschiedene sein. Das kann die Stadt sein. Es gibt bestimmt auch Bars oder Kneipen, die San Francisco heißen oder weiß ich, vielleicht auch Dörfer. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vielleicht auch San Francisco. Ich weiß es nicht. Hier gibt es ja alles Mögliche auch. Wir versehen alle Items, alle Wissensgegenstände mit Nummern. Das sind die Nummern, die ein Q davor haben. Also jeder Wissensgegenstand, der eingepflegt wird, bekommt eine eigenständige Nummer und die Textbeschreibung dient als Label. Diese Nummer ist immer gleich in jeder Sprache. In der Sprache ändert sich nur das Label. Also wenn ich in der Spracheinstellung Französisch nach Q62 suche, dann wird mir genau der gleiche Datensatz angegeben, wie wenn ich in einer anderen Sprache suche. Der Unterschied ist nur der Text, der dann in der Sprachversion diesem Item zugeordnet wird. Das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, dass diese Items beschrieben werden durch andere Items. Wir sagen also nicht, San Francisco hat die und die und die und die Eigenschaften, listen die untereinander auf, sondern wir verknüpfen San Francisco mit anderen Wissensgegenständen, die geeignet sind, das Item zu beschreiben. Für die Datenbank wurden Designentscheidungen getroffen. Das eine ist, Wissen ist übersprachlich. Das ist das, was ich eben versucht habe zu erklären. Wir geben also den Wissensgegenständen Q-Nummern, Nummern, nummerieren die durch. Die Sprachzuordnung erfolgt über die Labelbezeichnung. Dann zeige ich euch dann im Datensatz. Eine weitere Designentscheidung ist, wir verknüpfen mit diesen Daten Dinge, keine Zeichenketten. Damit ist gemeint, dass wir also nicht in Prosa reinschreiben, San Francisco gehört zum Bundesstaat sowieso, sondern wir verknüpfen den zugehörigen Bundesstaat mit dem Item. So und eine weitere Designentscheidung ist, Wigidata bildet nicht die absolute Wahrheit ab, sondern in Wigidata können verschiedene Erklärungen zu einem Item nebeneinander stehen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Stadt Jerusalem. Welche Hauptstadt ist es denn? Ist jetzt richtig, ne? Ja, genau. Also wer möchte jetzt entscheiden, welche Perspektive jetzt die richtige ist? Das können wir eigentlich nicht entscheiden. Also in Wigidata ist es möglich, da mehrere Einträge nebeneinander zu schreiben. So und eine ganz wichtige Sache ist, Wigidata ist eine soziale Software. Es lebt also von der Community, die gemeinsam daran arbeitet, die das gemeinsam befüllt, die gemeinsam die Tools schreibt und die auch gemeinsam entscheidet, wie die weitere Struktur aufgebaut wird. Inhalte werden innerhalb der Community verhandelt. Wissensgegenstände, die Items kann jeder anlegen. Die Eigenschaften dafür werden in der Community ausgehandelt, müssen beantragt werden. Größere Datenimporte werden auch am besten mit der Community abgesprochen, weil es eventuell schon Projekte gibt, für die sich Dinge ausgedacht wurden, in die man das einfügen kann. Ja, relevant ist für diese Datenbank alles, was für Wikimedia-Projekte relevant ist oder was hilft, diese Struktur zu vervollständigen. Auch da kann es innerhalb der Community unterschiedliche Auffassungen geben. Das muss ausgehandelt werden. Das war was, was mir am Anfang passiert ist, als ich ganz enthusiastisch angefangen habe, Daten-Items anzulegen und zu beschreiben. Es gab einfach schon Projekte, mit denen andere Menschen schon gearbeitet haben vor mir. Und es ist also einfach immer sinnvoll, vorher zu schauen und sich abzustimmen, damit einfach dann die Konsistenz da ist. Wir an den gleichen Dingen arbeiten. So, ein Wikidata-Eintrag. Ich zeige euch den von Ulm. Also wir reden bei Wikidata von Items, das sind die Wissensgegenstände, von Properties, das sind die Eigenschaften, mit denen die Wissensgegenstände beschrieben werden, von Values, das sind die Werte, von Qualifiern, die ergänzen die Werte, und von Referenzen, also die Quellen für unsere Aussagen. Nee, das war es genau nicht. Das sollte es sein. Das ist also der Wikidata-Eintrag von Ulm. Der ist gleich wahnsinnig lang, der ist sehr gut gepflegt. Ich scrolle mal nach unten. So. Und hier haben wir jetzt also verschiedene Bereiche. Wir haben hier oben den Label-Bereich, den ich vorhin angesprochen habe, also die Bezeichnungen. Dieses Q3012 ist also eigentlich der Identifier, es ist die Bezeichnung für die Stadt Ulm. Und die Stadt Ulm heißt auf Deutsch Ulm, wird auch so geschrieben, auf Englisch genauso, auf Russisch wird ein anderes Alphabet eingesetzt. Die Auswahl der Sprachen, die angegeben ist, hängt jetzt mit dem Benutzer-Account zusammen. Es wird mir also eine Vorauswahl angeboten, die meinen Angaben im Benutzerkonto entspricht. Und es gibt aber die Möglichkeit, für jede Sprache, für die es eine Wikipedia gibt, ein Label anzulegen. Und das ist auch der Punkt, an dem sehr viele Lücken noch da sind in Wikidata, wo auch jemand, der anfangen möchte, Dinge zu bearbeiten, gut anfangen kann. Einfach damit man, wenn man in einer anderen Sprachversion nach diesen Dingen sucht, auch ein Label angezeigt bekommt und nicht nur eine Kuhnummer. Hier sehen wir auf der rechten Seite alle Wikipedia-Sprachvarianten, in denen es einen Eintrag zu Ulm gibt. Das hat mich sehr erstaunt. Habe ich also nicht damit gerechnet, dass das vor allen Dingen, weil das wirklich zum Teil liebevoll von Hand gepflegte Einträge sind. Ja, wir sehen ebenfalls auf der rechten Seite im unteren Bereich die Wikimedia-Projekte, in denen Ulm, oder die Wikidata-Einträge zu Ulm vorhanden sind. Ja, das sind die unterschiedlichen Sprachen, die mir noch Label anlegen können. Jetzt geht es zu den Aussagen. Es wird also gesagt, Ulm ist eine Großstadt. Ulm ist gleichzeitig eine Universitätsstadt. Das ist, was ich vorhin meinte, dass also verschiedene Aussagen können einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ulm ist außerdem ein Stadtkreis. Ja? Genau. Also erstmal haben wir diese ganzen Beschreibungen. Also die Eigenschaften ist eine und dann das Value, ja genau, der Inhalt für diese Eigenschaften beschreiben. Und jetzt gibt es Möglichkeiten, die Eigenschaften noch genauer darzustellen. Das könnte zum Beispiel sein, ein Startzeitpunkt. Das könnte sein Endzeitpunkt. Ja genau, hier sehen wir nicht. Ulm ist seit 1980 Großstadt. Das könnte zum Beispiel bei der Angabe zu Bürgermeistern die jeweilige Legislaturperiode sein, der Bürgermeister da war und solche Dinge. Ja genau, das sind die Qualifier, die angelegt werden können. Wichtig ist auch noch, sind noch diese, das ist eine Schalterfunktion, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, haben die einen speziellen Namen. Weiß das jemand von euch? Diese Dreiecke? Egal. Es sind auf jeden Fall das Dreiecke, falls man das von hinten nicht so genau sieht, das sind zwei Dreiecke und in der Mitte ist ein Kreis. Und wenn die Mitte markiert ist, heißt das, die Beschreibungen stehen gleichrangig nebeneinander und man kann durch und man kann durch markieren das Dreieck oben, kann man es im Ranking nach oben setzen, dann wird also, wenn einfach danach gesucht wird, wird dieser Eintrag als erstes aufgerufen beziehungsweise kann man eben mit der Markierung des unteren Dreiecks festlegen, dass das eine nachrangige Beschreibung ist. Zum Beispiel bei Bürgermeistern wäre das wichtig, dass der aktuelle geringt wird. Es gibt Verknüpfungen zu Bildern, dann alle möglichen anderen weiteren Angaben, die jemand eingepflegt hat um die Stadt Ulm. Es sind geografische Koordinaten eingetragen, mit denen man dann auch wieder Karten erstellen kann oder Ulm auf anderen Karten auswerten kann. Das ist natürlich optimal, wenn die Leiter der Regierung oder Verwaltung schon mit eingetragen sind. Damit kann man dann schöne Sachen machen. Das ist ein Punkt, der ist nochmal wichtig nachher. Also die Einwohnerzahlen, da sehen wir auch jedes Mal. Das sind also Properties mit Inhalten und es wird jedes Mal über einen Qualifier angegeben, für welchen Zeitraum dieser Eintrag gültig war. Die sind auch sehr vollständig oder sehr umfangreich eingetragen. Wie bitte? Hier sind auch mal Fundstellen, genau. Eigentlich ist es wie bei der Wikipedia auch wichtig zu referenzieren. Und eigentlich sollte man, wenn man Daten einträgt, ja auch wissen, woher man diese Daten hat und das also auf jeden Fall mitvermerken. Ich vermute, dass das zum Teil Bots sind, die hier über die Daten eingepflegt wurden und deswegen keine Fundstellen eingepflegt wurden. Da gibt es Vereinbarungen, unter welchen Umständen das sein darf. Aber hier haben wir auch dann Methode Schätzung. Also man kann das sehr genau und detailliert angeben. Und wenn jetzt zum Beispiel für alle Städte genau diese Daten alle da wären, dann könnten wir richtig gute Tools bauen, um Sachen auszuwerten, um vielleicht Service anzubieten. Aber das ist leider nicht ganz so. genau die Administrativen und Untereinheiten. Das sind jetzt alles quasi Eigenschaften, die beschrieben werden. Es ist die Aussprache mit angegeben, die Sprachdatei. Das sind also alles immer weitere Beschreibungen, um die Stadt Ulm darzustellen. Interessant wird es jetzt hier unten. Jetzt gibt es nämlich die Identifikatoren, die externen. Und das ist jetzt der Bereich, den ich vorhin meinte, mit dem Hub, das Vigidata als Hub für das gesamte Datenoffene Datennetz dienen kann. Es gibt also Identifikatoren, andere Datenbanken, in denen auch Einträge zu Ulm oder zu anderen Wissensdatenständen da sind. Und für die sind deren einzigartigen Beschreibungen, also einzigartigen Merkmale eingetragen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier bei der GND nachschaue, dann finde ich hier die Einträge, die die GND zu Ulm hat. Aber es ist klar, was passiert. Also der Link weist dann einfach auf den Eintrag in der GND direkt zu Ulm. Und damit sind natürlich auch wieder ganz viele Dinge möglich. Damit kann man auch wieder Daten anreichern, Verknüpfungen herstellen. Man könnte auch zum Beispiel dann über über das Wikidata-Item Datenbanken miteinander verknüpfen, ohne dass überhaupt die Daten in Wikidata enthalten sind. Das ist also, das finde ich persönlich sehr spannend, was da alles noch möglich ist in den nächsten Jahren. Was auch hoffentlich passiert und ausgenutzt wird, um Tools zu schreiben. Das sind also eine ganze Menge für die Städte. Ja, genau. Editieren, also beitragen kann man ganz einfach wie in jedem Wiki. Man geht also auf Bearbeiten. Erstmal legt man sich einen Account an, dann kann man auf Bearbeiten gehen und kann theoretisch, genau, dieser Datensatz ist geschützt. Das würde ich auch machen, wenn er so genau gepflegt ist. Da würde ich jetzt auch nicht einfach jeden reinschreiben lassen. Also müsste man auch sich dann, wenn man da was ändern möchte, müsste man sich also auf jeden Fall auch mit jemandem in Verbindung setzen, der da entsprechend handeln darf. Aber man kann jetzt theoretisch, wenn das kein geschützter Datensatz ist, könnte jetzt jeder an der Stelle eintragen und bearbeiten. Das wäre also so ein Einzeleditieren, das möglich ist. Es sind dann auch wesentlich effizienter natürlich Massen-Uploads möglich, wenn man vorher Datensätze bearbeitet hat, die man in eine Struktur uploaden möchte. Ja, genau. Das ist also der Datensatz. Was genau kann man jetzt damit besser machen als vorher? Also zum einen sind die Sprachlinks jetzt automatisch eingebaut. Also wenn ein Item mit die Data eingepflegt ist, eingelesen ist, dann kann es in jeder Sprache angezeigt werden. Wenn für diese Sprache kein Label eingetragen ist, dann sieht natürlich die Auswertung erstmal nichtssagend aus, weil nur die Kuhnummer angezeigt wird. Aber es ist auf jeden Fall auszuwerten und alle Eigenschaften werden auch mit ausgewertet für ein Item in allen Sprachen, die auswertbar sind. Es können Abfragen über alle Inhalte in dieser Datenbank geführt werden. Wenn es Lukas dann im Anschluss ist, wie man das genau macht. Es gibt eine Möglichkeit, über alle Inhalte dieser Datenbank Abfragen zu starten. Es sind Datenvisualisierungen sehr einfach möglich. Dieser Abfrageservice bietet Möglichkeiten an, Zeitleisten anzuzeigen oder bestimmte Graphen oder Bäume, Abhängigkeitsbäume und sowas. Das wird sicherlich auch Lukas nachher zeigen. Es gibt inzwischen Projekte, die mit Wikidata arbeiten und Daten besser sichtbar machen können. Ein Projekt heißt Histropedia. Würde ich einfach mal empfehlen, dass jeder einfach mal selber schaut, was da zu machen geht. Dann gibt es ein Tool, das heißt Resonator. Da werden diese Einträge in Wikidata menschenfreundlicher angezeigt. Soweit sind wir jetzt. dass die Datenanzeigen maschinenfreundlich sind und wir selber damit nicht mehr viel anfangen können. Mithilfe von diesem Tool können also sehr schnell aus dem reinen Wikidata Datensatz Seiten erstellt werden. Auch wieder in allen Sprachen für die Label, für die Items angelegt wurden. Damit kann man schon mehr anfangen als mit dem reinen langen Eintrag da vorhin. Genau. Und dann ist innerhalb unserer Wikimedia-Projekte sind die Infoboxen für Wikipedia wichtig. Ich habe mal in verschiedenen Sprachversionen rausgesucht, was für Einwohnerzahlen angegeben sind. Im Wikidata Datensatz der letzte ist der von 2017. Das war die Schätzung, die wir vorhin gesehen haben. In einigen Sprachversionen ist der auch angegeben. In der niederländischen Version ist dann eine von 2013 angegeben. Der ganz große Vorteil ist, wenn diese Boxen eingesetzt werden, sind diese Daten dann auf jeden Fall Konsistenz. Das sind diese Boxen, die hier auf der rechten Seite sind. sind sicherlich alle schon mal gesehen. Und die werden abhängig von der Länder Version unterschiedlich gepflegt. Es gibt also Communities, die diese Boxen einsetzen, die von Wikidata aus befüllt werden. Es gibt andere Varianten, ich nehme an über Listen, ich bin jetzt in Wikipedia nicht so firm. Das sieht also dann überall anders aus. Und das ist die spanische genau. Und das ist zum Beispiel eine, die von Wikidata Daten ausgefüllt wird. Da sind also wirklich die Daten so, wie sie aktuell im Wikidata Datensatz erfasst sind, werden sie in Wikipedia übernommen. und dann ist hier unten auch der Verweis. Wenn du was pflegen willst, dann kommst du direkt in den Wikidata Satz und kannst es dann auch wieder so pflegen, dass es in allen anderen Sprachversionen auch gleich eingepflegt ist. Um das hinzubekommen, gibt es Templates, die angelegt wurden. Das ist also dann gar nicht so schwer. Ich gucke immer da hoch, ich bin das nicht geübt. Eigentlich muss ich auf meinen Rechner gucken, da komme ich viel besser drauf. Also wenn das jemand selber mal ausprobieren möchte oder nachsehen möchte, es gibt also Templates, die man für diese Dinge einsetzen kann, für diese Infoboxen. Wenn mir ging es so am Anfang, als ich das alles gesehen habe, war ich ganz begeistert, weil ich eben wie gesagt, dieses Vernetzen der einzelnen Datenbanken einfach als ganz tolle Idee finde. Ich habe nicht gewusst, wie ich anfangen soll, überhaupt da jetzt beizutragen. Ich habe mich das nicht getraut, weil da steht so viel drin, so viel strukturiert und ich habe gar keine Ahnung. Es gibt niedrigschwellige Dinge, mit denen man einfach mal die ersten Versuche starten kann. Unter anderem gibt es Wikidata the game. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es die Geschichte, dass man Beschreibung zufügen kann. Man kann sich also jetzt hier anzeigen lassen, welche Items keine Label haben in bestimmten Sprachen und kann zum Beispiel da einfach mal anfangen zu editieren und eintragen, da wo Löcher sind, die quasi stopfen. Einfach um Gefühl zu bekommen, wie gehe ich findet man auch über die Suche dann ganz gut. Wikidata the game heißt das. Und dann gibt es eine Sache, mit der habe ich am Anfang gerne gespielt. Das ist eine Funktion, die heißt in der Nähe oder nearby. Die ist, wenn man Wikidata.org aufruft, hier auf der linken Seite in der Menüleiste und dann kann man sich jemanden, Geolokalisierung angezeigt hat, dann zeigt es einem Items an, die in der Nähe sind und dann sieht man auch, was fehlt. Dann könnte man zum Beispiel ein Bild machen von dem Haus oder man könnte eben jetzt hier nur eine Q-Nummer steht, hier zum Beispiel könnte man jetzt gucken, was das ist. Na, nee, das war jetzt hier, ich glaube, ich habe falsch geklickt, Moment. So. das ist jetzt so eine Dublette, ne? Ja, die können wir hinterher gleich machen. Ja, genau. Also, sowas findet man dann auch bei solchen Abfragen einfach mal. Also, würde ich empfehlen, wenn jemand Lust hat, einfach mal zu spielen, zu gucken, einfach mal in der Nähe. Ich mache das auch manchmal auf dem Smartphone, wenn ich Wartezeiten habe und nicht weiß, was ich machen soll. Ehe ich mich ärgere, mache ich dann einfach mal in der Nähe und gucke mal, ob ich was auffüllen kann. Ja, mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Ganz tolle Sache ist auch, wenn man einen schönen Satz offener Daten hat, die im Tool vorzubereiten und im Stapel hochzuladen. Wenn jemand ausprobieren möchte, sich alleine nicht traut oder nicht weiß, wie anfangen, also ich bin da, spreche mich einfach an, dann probieren wir das einfach zusammen aus. Ja, genau. Applaus ... x ... ... Vielen Dank.